ab die Klinik ist nicht in den Fokus über aber hallo jetzt haben wir mal richtig live unter sehr schön damit fassen wird live auf einmal runter gehauen sehr gut noch mal so eine salber und dann ist er weg packst du wieder ein ja wir haben gleich staunen gleich ist er geschafft das ist doch ja 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 ich muss hier weg ja ja fahr du nur fahr du nur wir haben ihn fast dauernd es gibt für dich mal einen schönen EP schub dann schönen erfahrungsschub die Karre ist gleich flöten und du auch so ich hab ihn wieder im Fokus manchmal glaube ich der scheiß die kleinen Fischer irgendwo schnell an den Felsen wenn er dann so um die Ecke fliegt und du siehst nicht dass er die Ecke schnell an den Felsen hin scheißt und sie dann direkt mitbringen kann hier ist ja nicht normal wie schnell die Fische auf einmal wieder auftauchen echt hammerhart oder warte wo ist er denn hier über uns ah ich krieg nicht ins Visier jetzt alter wir haben ihn gepackt nein haben wir noch nicht er lebt noch ja er lebt noch voll lebt noch kürchen alter will du mich verarschen du musst du davor ziehen ne weißt du hä davor ziehen einen griff den meisten ja ja alter was eine geburt bis der wichser jetzt platt war hier er wird durchfahren gucken wir ob er wirklich tot ist er ist tot ich will loot einsammeln hier was glaubst du denn nimmt er mit den spaß noch die fischer selbst umzulegen schreien scheiß Fee so jetzt bin ich mal gespannt was er hat fallen lassen das ist ein riesen Vieh hier Wahnsinn was hat er fallen gelassen das ist Wahnsinn ne 16er Wummer ne Shotgun auch noch ne 16er Shotgun ne Mediampulle und das war's Alter hier liegt die Figur Gott ey das ist doch tonnweise Muni verbrezel für den Sack S&S Munition Explosivkleber die legt noch ne grüne Wummer ne die bringt aber nichts 20 Schaden ja die hat nur was nen Shotgun ne die macht 200 Damage die Shotgun ne die hat mal 8 die hat Multiplikator eingebaut und die feuert jedes mal 2 Patronen ab ne hier hab ich nen Scharfschützengewehr immer 132 ne macht die Shotgun mehr Damage ne 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 Shotgun ist halt vorteilhaft wenn vorteilhaft wenn du große Gegnermassen auf einmal hast ne mh Alter die Knarre ist so irgendjemandem auswitzt du denn so so nen armen kleinen unschuldigen Hund einfach direkt mit dem Raketenwerfer umgezwiebelt die stürzen sich drauf wie die Geier ja mh schade die hat die Wander mh ja ich kann was halt sagen oh ich hab ne Herausforderung abgeschlossen sehr schön hihihi sooo hier ist noch ne Mediampulle huch wer denn hier kümmere dich nicht um mich lass mich verrecken hol dir die Mediampulle wir liegen drei mittlerweile vier na da müsste sich jetzt mal wieder gut zusammenflicken können mit mh mh lalala lalala ich mache mal wieder die Cashlampe und sammle die ganze Knitter ein mh nächste Mission abgeben jetzt nirgend woher woher ich gehöre und die die B. Sussl es in Russland in Frage von Mon O und nur dann wurde okay 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 das so Prozent geben das zu tun und noch gehen noch nicht was für die Quest ist das Prozent geht's TK gut mehr das noch das mit dem Motto in diesem Mann das abgeben Prozent mehr darüber wird von Folgezeichen die Klingel theoretisch muss alle Quests haben die ich hab Was ja für dich ein Vorteil ist, nass du es direkt mit der LED-Durchstand. Einfach mal drüber gefahren hier, gibt nur Dreck in den Reifen mehr nicht. Wo ist man hin, da runter, ok. So, war das? Ach ne, nur ein Stück weiter, ok. Wo steigst du denn aus? Ja voll, fragen wir auch gerade. So, dann können wir mal gucken. Wo ist denn? Alter, das sind noch 4er. Lohnt sich die unendliche Muni gar nicht für dich. Äh, wo ist er denn? Ach da vorne. Der TK. Was will der denn? Der hat sich gehängt. Oh. Ich find die kleinen Fischer, so Knuffeln. Ich muss immer rumschreien hier. Warum war mir das fast klar? Ich krieg ihn, ich krieg ihn, ich krieg ihn, ich krieg ihn. Ach, ich bin Acker. Ja. Ja. Ich kann den mal gehören sollen. Cool. Nein, kenn die Sonne nicht. Mich klopft gerade hier irgendeiner. Ach da. Nein, du hast Geld gefunden. Nimm dir mal die Mediampullen hier mit. Wie viele sind die noch? Da lag eben noch einer. Nein, die haben schon. Ach so. So. Haben wir hier noch was? Im Scheißhaus irgendwas drin noch? Ja, Muni hier. Nebendran der Safe mit Geld. So. Du musst hier noch ein bisschen aufpassen, ne? Die sind höher wie du. Also die Skagwelpen nicht hier, aber teilweise die Gegner sind noch höher. So. Wir gehen mal eine Karre holen. Dahinten ist eine Karrenstation. Ach ne, wir haben unsere Karren noch hier. Dann können wir jetzt direkt mal zwei Quests raushauen, nämlich. So. Ich hol dich mal eben ab. Ich war geblendet. Ich war ne kleine Raumzeitfahrzer rum. Bing. Watergate. Ja, wir sind noch richtig. Sehr gut. So. Das Problem ist, dass es dauert nicht mehr so lange, bis sich der Booster wieder aufgeladen hat. Was? Na komm, lad dir schnell auf hier. Die Läden haben neues Inventar. Die Läden haben neues Inventar. Ach, wie wunderbar. So. Kann man ja auch noch mal auf extra Carbon, ne? Komm auch noch mal drauf. So. Hast du einen überlebtischen Anfall, oder? Äh... Äh... Hast du einen überlebtischen Anfall, oder? so die Probeurtein so gut die Kieler einbrüchst mit dem Kumpel da muss ich die ganze Zeit hier schon so nebenher war mal der Bildschirm oder so haben Prozent dort werden können ja ich auch 5 erneut so kracht ach guck mal da steht da noch eine karte wir sind mitgespawnt oder um einfach die straße runter nee du bist falsch die straße hier da diese genau die straße jetzt einfach in langfahren dann kommen wir hier so nee wir müssen noch weiter die straße bis zum ende runterfahren dann geht es weiter na denn ne ich in links oder rechts da lang genau kaum wieder durch meine lieblings arena alter wie ich diese quest gehasst habe hier drin gibt es nämlich eine quest da fährt einer im auto ein bossgegner den musst du umlegen was ich anfangs nicht wusste und auch nicht in der quest drin stand rechts genau was da nicht dabei stand dass der typ in einer karre in einer karre sitzt und du auch am besten mit einer karre reinfährst weil da sich dann dich sonst mit zwei schüssen direkt immer einen haufen ballert ja das ist dann schön wenn man das gesagt bekommt ja hinterher sind wir immer schlauer oh ja ich war sehr viel schlauer hinterher das glaubst du aber ach hat mich das also anhand der tode gerechnet ich bin mehrmals verreckt bei der mission das war war schon ziemlich heftig wir kommen nicht sehr weit mit der karre deswegen lass uns stehen wir kommen da nicht sonderlich weit mit und so und wir wollen auch noch mit sportbrüller fahrrad und verfeldes baby über er wird er so ein flaschenkind bisher wobei kommen sie das eigentlich ausrechnen nun weniger Prozent So. Jetzt können wir hier drin erstmal noch ein paar Quests loswerden. Muss man die abgeben überhaupt? Ach hier. Waffenautomar. Zack. Und wieder eine Quest abgegeben. Sehr schön. Hat er was Neues? Ne. So. Hast du die Quest schon abgegeben? Die erste ganze bei diesem Plapper mal da hinten abgeben. Da geht einem vielleicht auch wohl Zeiger irgendwann. So. Warte mal. Nächster. Schwarzes Brett. Ne? Glaube ich. So. Abliefern. The Blister. Ach na. Shotgun. Wegen. Wir haben noch nicht. Bringt mir nichts. Ne. Shotgun habe ich nichts davon. So. Mit Taniis. Sollen wir noch reden. Weißt du was? Ach so. Der hat noch die Quest. Okay. Kannst ja mal alle Quests holen, die du hier findest. Der hat auch nichts. Der hat auch nichts mit seinem Dosenkopf hier. Wo ist er denn hin? Wo ist er denn? Ach soo. Dann gehen wir wieder runter. Feuerkraft. Genau. Irgendeine Waffenlieferung. Äh. Waffenlieferung da tauschen. So. So. Haben wir hier noch etwas zum Blundern? Na, Poppe. Hm. Hier hat ja auch nichts mehr. Okay. Äh, konntest du mich eben treffen? Achso, ne, die zetern dann einfach nur. Feuerwerk!